Mein geliebter Friedensengel kommt denjenigen zu Hilfe, die ihn bitten, den Dämon zu vertreiben. Botschaft der Allerheiligsten Jungfrau Maria an Luste Maria am 13. August 2023 Geliebte Kinder meines unbefleckten Herzens, ich segne euch, ich liebe euch, ihr seid meine Kinder. Ich komme wieder vor jeden Einzelnen von euch, vor die Menschheit, um euch den Honig meiner mütterlichen Liebe zu geben. Ich komme, um euch zu meinem göttlichen Sohn zu führen. Ich komme, um euch aus der Schläfrigkeit zu erwecken, mit der ihr alles betrachtet, was geschieht, ihr im Wissen, dass die Achse des geistigen Lebens mein göttlicher Sohn ist und ihr ohne meinen göttlichen Sohn nicht seid, und ihr wisst es. Ich rufe euch auf, als Kinder meines göttlichen Sohnes die Initiative zu ergreifen, um in Einigkeit, im Glauben und in Hingabe an den Willen des Vaters zu beten. Die Menschheit, die von allem beherrscht wird, was ins Unbewusste gelangt, wird von einem System besiegt, das nur ein Ziel hat, die Macht über die moralischen Werte, um jedes menschliche Geschöpf zu untergraben. Von Verirrung zu Verirrung, von Sakrileg zu Sakrileg, von Sündenfall zu Sündenfall nähert sich die Menschheit ihrer eigenen Läuterung. Inmitten von Krankheiten, von neuen Vorschriften, um von einem Land zum anderen zu gelangen, in ständigem Streit und Angriffen zwischen Ländern, nimmt der Krieg an Gewicht zu und explodiert. Betet, meine Kinder, betet, der Krieg ist weit weg und ist nicht mehr weit. Betet, meine Kinder, betet für Frankreich, betet für Afrika, es ist notwendig. Betet, meine Kinder, betet für den Nahen Osten, das Gebet ist notwendig. Betet, meine Kinder, betet für die Menschheit. Geliebte meines unbefleckten Herzens, der dritte Krieg wird angesichts der Rebellion, der fehlenden Bekehrung der Menschheit und wegen der Ablehnung meines göttlichen Sohnes gegeben. Seid gewiss, dass ihr euch in der Endphase der Erfüllung meiner Prophezeiungen befindet. Ohne zu warten, ohne zu zögern, bekehrt euch jetzt, meine Kinder. Die Finsternis bedeckt die Erde, löscht den Verstand aus, verhärtet die Herzen, erhebt die Stimmen gegen meinen göttlichen Sohn, spaltet die Mitglieder der Familien und entfernt sie von Gott. Die Finsternis, es ist die Finsternis des Teufels, kam zuerst zu einigen meiner Kinder, ergriff sie, ließ ihre Gefühle erstarren, lehrte ihre Liebe und überfiel sie mit Interessen aller Artikel. Mein geliebter Friedensengel kommt denen zu helfen, die ihn bitten, den Dämon abzulegen, ihn aus den menschlichen Geschöpfen herauszuholen, die mit einem Herz aus Stein leben, das von materialistischen Interessen überflutet und dem Leben nach dem Willen meines göttlichen Sohnes fremd ist. Diese geistige Finsternis, die zusammen mit der Irreführung und der Täuschung voranschreitet, heilt in den Geschöpfen wieder, denen Gott fehlt. Bitte im Gebet um das Kommen des geliebten Engels des Friedens. Bitte im Gebet für euch treuen Überrest. Bereut, repariert, betet. Ich segne euch mit meiner Liebe. Bekehrung meine Kinder, Bekehrung. Mama Maria A.V.E. Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen A.V.E. Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen A.V.E. Maria, du reinste, ohne Sünde empfangen Kommentar von Luste Maria Brüder Die Gottesmutter ruft uns auf, unseren Verstand und unser Denken zu öffnen, damit wir nicht in die Dunkelheit dessen fallen, der, erfüllt von weltlichen Interessen, Gott an zweiter Stelle stehen lässt. Unser Leben ist Christus, unser Wille ist sein, und mit dieser Gewissheit wandeln wir, damit die weltlichen Interessen nicht den göttlichen Willen überwinden. Da wir wissen, dass wir Gottes Geschöpfe sind, müssen wir als erstes Gott verherrlichen, um Zeugnis von seiner Liebe abzulegen. Unsere Mutter drängt auf die Bekehrung, denn die Zeit ist dringend. Es gibt viele, die nicht glauben, und unsere Mutter warnt uns erneut vor der Gefahr, in der wir uns als Menschheit befinden, angesichts des befürchteten Dritten Weltkriegs. Sie ruft uns zum Beten auf, denn das Gebet erreicht, was Worte nicht erreichen können, auch wenn sie noch so weise sind. Sie ruft uns zum Beten auf, weil es vielleicht das ist, was die Demütigen und Einfachen im Herzen zu tun wissen. Brüder Hört auf den Ruf unserer Mutter Heiligste Mutter, du schaust von oben auf uns herab Und schaust auf die Undankbarkeit dieser deiner Kinder Lass nicht ab und rufe so oft wie nötig Mutter, Schatz des Himmels, Licht der Menschheit Gib mir die Kraft, aufzustehen, wenn ich auf meinem Weg falle Du weißt tief in mir Möchte ich dich nicht von mir trennen Ich flehe dich an, barmherzige Mutter Lehre mich, wie ich leben soll, das Wichtigste entdeckend Es ist, nach dem Vorbild deines göttlichen Sohnes zu leben Ohne Angst vor dem Morgen Denn in diesem Morgen wirst du an meiner Seite sein Du erfüllst mich mit einer neuen Wiedergeburt Einer neuen Chance, besser zu sein Lehre mich, demütig zu sein, damit dein Sohn mich erkennen kann Gib mir dein Licht, Mutter, das alles erhält, was du berührst Ich will nicht vor der Welt leuchten Sondern wünsche, dass dein Licht mehr Weisheit gibt, meine Mitmenschen zu lieben Und zu verstehen zu vergeben, wie du es tust Segne mich, Mutter, damit ich weiterlebe Und führe mich durch deine Hand zu Jesus Amen